Padma-Prakashasana ist die leuchtende Lotus-Stellung. Komme zum Lotus-Sitz, ein Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen, hebe die Knie hoch, gebe die Ellbeugen um die Oberschenkel in der Nähe der Knie und falte die Hände. Das ist Padma-Prakashasana, die sowohl die Lotus-Flexibilität fördert, wie auch eine Gleichgewichtsübung ist.